herzlich willkommen zu einer kurzen sonderedition zu den neuen video beta in den sponsored brands headline search ads ja wir machen das ganz kurz die sind ja wirklich jetzt tagesaktuell neu vom ersten september das heißt datentechnisch wissen wir noch nicht was kommen wird ihr geht auf sponsored brands und habe dann neben dem store spotlight wozu mehr schon video gemacht haben den bereich video beta wichtig hier man wird nur für ein einzelnes produkt dieses video bauen können und muss dann die produkt detail seite hinterlegen die auch dann die landing page sein wird da haben sie den ganz normalen ablauf ihr gebt also was ein sind suchbegriffe was auch immer und sucht euch dann einen artikel aus sie haben die maximale anzahl von produkten hinzugefügt 1 und dann werden die hier alle ausgekaut mehr geht dann gar nicht und dann kommt ihr in den nachlaufenden bereich wir sehen auch es gibt nur die inline suche anzeige mobil und dann gibt es noch die untere suche im desktop das ist für mich persönlich etwas überraschend gewesen die positionierung so weit unten es gibt auch nur zwei slots wichtig amazon schreibt es auch selber hin ja kurz und prägnantes video eine relevante informationen also vergesst da irgendwelche marken mist oder so anwendung die ersten zwei sekunden entscheiden darüber ob man das gucken will ob das sozusagen interesse weckt ansonsten scrollt man weg der hinweis mit dem ton ist super wichtig der ton ist grundsätzlich ausgeschaltet und wenn text drin ist der muss lesbar sein mobile wie desktop und dann seht ihr unten die mannigfaltige datenlage zu seitenverhältnissen fps und all diesen themen die erfüllen muss soll auch nicht länger als 45 sekunden sein da muss man eh dann schon überlegen ob das überhaupt noch sinnvoll ist 500 mbit oder kleiner meiner meinung nach ganz klar das was man den usa seit längerem gesehen hat war deutlich richtung gif er gedacht also eine kurze sich wiederholende animation die einfach nur auffällig ist die ihn teilweise auch sehr 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 lustig waren ja oder einfach wirklich ein einmalige anwendungsszenario zeigen da kann man dann eher mit drei vier videos loslegen die unterschiedliche szenarien zeigen stellt euch vor so ein so ein saugwischroboter das eine mal saugter im nächsten video für eine andere ad für andere keywords vielleicht auch wischt er und in einem anderen bereich zeigt er einfach den filter die zubehöre oder die leichte austauschbarkeit der saugteile beziehungsweise auch der wischerblätter da geht richtig viel lieber mehr videos platzieren auf spezifischen inhalten wo die suchen auch danach ausgelastet sind als dass ihr ihren kunden zwingt ewig viel anzusehen ja wie sehen die dann live aus einmal mobile links das produkt darunter das video oben drüber oder wie in der suche hier dargestellt dabei gibt es halt ein problem ich habe schon gesagt grundsätzlich ist der ton aus und man kann auch nicht hin und her spulen und bevor ihr euch das nur auf dem bild angucken müsst gucken muss uns doch lieber live an aktuell finde ich sie natürlich nur auf.com und wir sehen dann wie es aussieht erstmal ist es mega schwer in usa überhaupt noch ein organisches listing zu finden ja es sind dann die erst hier unten hier sehe das und warum das mit dem ton so gefährlich ist er ist aus immer und jetzt passt auf eine katastrophe dieser ton der wechselt vor allem bei mir vom rechten speaker achtung zum linken speaker tödlich ich will das produkt nicht haben ich habe angst dass das musik macht ja also da hätte ich angst dass das ding musik macht und das problem also wenn ihr wirklich informationen wären du kannst nirgendwo hin klicken und das ist dann natürlich der killer hoch 10 der klick auf diese gesamtfläche führt immer zum produkt und jetzt passt mal auf das ist ein bisschen fies man landet halt auf dem produkt jetzt gehen wir mal zurück sales daten sind jetzt noch keine da und jetzt will ich das video vielleicht nochmal angucken irgendwie aber ich komme nicht wieder hin die ad verschwindet dann direkt das heißt wenn ihr also auf eurem produkt das video nicht dann nochmal darstellt hier ist es zum glück dann aber viel viel besseres nicht werbewirksames video dann kann der kunde sich das nicht nochmal angucken also zwingend wenn ihr damit arbeiten werdet die informationen die im video teilt die sollten dann auch bitte verfügbar sein auf dem eigentlichen produkt listing damit der kunde dann nicht anfängt hin und her zu switchen oder irgendeine information die ihr hier bekommt dann nicht nochmal bekommt beim hin und her switchen ist nämlich das video weg und ihr habt halt keine spul möglichkeiten und nix welche daten geliefert werden werden wir dann sehen in zukunft ob wir wirklich so zahlen bekommen wie lange wurde das video angeguckt ähnliches oder ob es wirklich nur die standard werbezahlen sind zu impressions das bringt uns nämlich gar nichts man braucht ja schon so eine ansicht wie lange hat da jemand inne gehalten im scrolling und hat sich das auch angeguckt ansonsten kriegt ihr nur ganz viel impressions und wir wissen nicht genau ob es am video lag oder einfach nur weil es so viel fläche weg ist nimmt und die leute vielleicht gar nicht wissen dass das bild zum video gehört weil die anordnung so ungünstig ist das soll es dazu gewesen sein legt los haltet euch an die vorgaben findet raus ob ihr da kurze prägnante videos habt für die produktbereiche oder für einzelprodukte versucht eure unique selling points darzustellen und diese immer zu kombinieren mit dem suchwort wie ich es eingangs schon gesagt habe die meisten produkte haben mehrere nutzen und mehrere keywords versucht das nicht mit einem langen video zu erschlagen sondern macht viele kleinere videos das ist viel intelligenter weil ihr dann auch eine breitere werbeslot tiefe ab bekommt und sozusagen direkt ab tests ab was geht was geht nicht gegebenenfalls schaltet ihr auch unterschiedliche videos komplett auf die ganze keyword breite und dann setzt sich das best performende video schlicht durch 1000 mal einfacher macht man auch übrigens bei allen anderen werbeformaten so aber das ist ein anderer punkt ich wünsche euch viel spaß damit was lied und is es ãos